Ja, und ich bin jetzt wieder Kei so neu heran, hier mit meinem Let's Play von Destiny, Liesian Tale. Und damit auch beim... Quasi in einem der... ersten, komplett, alleinigen, richtigen Backtracking-Parts. Bei der ich nochmal alles looten werde, was es hier noch zu holen gibt. Süß. Jetzt, wo ich diese ganzen vielen neuen Fähigkeiten habe, sprich das Sliden, das Klettern und der Doppelsprung. Dass ich das jetzt habe, einfach mal ausnutzen, um all die Gebiete nochmal abzuklabbern und alles auf 100% zu setzen. Was Schätze angeht. Ah ja, es ist by the way auch gutes Grinding-Methode. Ah ja, ihr wart da ja. Ihr Behindertenpenner. Immer wieder ein Vergnügen, euch beim Sterben zu beobachten. Seriously. Okay. Kettenhemd. Das sind immer alles so Sachen, die ich nicht mehr brauche, weil sie von wegen inzwischen zu schwach sind. Ja, implodiert mal alle. Finde ich sehr nice. Sehr glücklich. Okay. 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 Diese Implodierungen immer, die stehen drauf. Die stehen einfach drauf. Und wieder auf die schöne Statue klettern. So, hier dann. Okay. The fuck is this? Okay. Moment, was? Ich brauche dafür jetzt ernsthaft noch ein... Dings? Really? Oh komm, da komme ich doch sicherlich hoch. Missed. Missed. Ey, ich krieg das noch hin. Wie kann das sein, dass ich dafür schon zu sch... Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Ich seh da aber was. Ich komm da hoch. Oder er sagt mir nicht, es gibt jetzt auch noch hier so einen Dreiersprung. Weil dann... lachig. Aber... gar nicht glücklich. Warum fällt... Ey, ich krieg das hin. Und diesmal gibt es hier keine Dingsmethode, das einfacher zu machen. Nö, ich fick auf diesen Stein, den ich... Nö, ich fick auf diesen einen Stein, den ich bekommen könnte. Nö. Ich hol das mir. Ich kann höher... höher... höherdingsm... ...mh... ...mh, es sollte natürlich nicht so weit weg... ...mh... 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 Ich will das hinkriegen! Come on! Ach komm schon, Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind vielleicht mal ein paar Zentimeter. Moment. Nee, das wäre sonst zu einfach. Nö, das ist es nicht. Und vor allem, wenn ich es so mache, ist dann schon der Doppelsprung verbraucht. Ach, ich habe keine Ahnung, Leute. Wer denkt sich sowas denn aus? Da denkt man, man kann jetzt hier alles looten und dann fehlt da hier einem wieder so ein Pop-Türstein-Dingsbums. Was soll denn der Kack? Come on, Spiel. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Naja, Kettenreaktion, Kettenreaktion. Ich weiß Bescheid. All das Geld gehört mir. Na? Nice. Schon ist das hier auch fertig. Gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Ah. So, zum Klettern. Ah, dann komme ich hier an. Ach ja, es gibt ja hier ein, ähm, Dings. Achievement, wenn ich den Kleinen da nerve. Oof. Net. Da muss ich sonst was denken, ey. Ey, er ist so ein Arschloch! So, schlechter Therapeut. Na bitte, Achievement Get. Okay, dann... Lass mal hier den Schatz looten. Okay, gut. Gut, 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 gut. Okay, das war's aber noch nicht. Nö! Okay, da gibt's nichts. Bam, 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 bam. Ne, hier komm ich dann wieder runter. Moment, was war das denn? Achso, die haben wir schon fertig gelootet. Das wurde mir grad sonst nicht angezeigt. Wups! Na gut. Gut. Gut, Dad, we talked about that. Autsch! Na okay, die machen nicht viel Schaden mehr. Nicht mehr wirklich. Aber mich nervt das immer noch hier mit dieser einen Stelle. Und ich honk, was mach ich denn? Es gibt auch hier Dings. Gibt auch hier ne Abkürzung. Oder ich renne erstmal da rein. Okay, das ist auch ne Möglichkeit. Ist gut jetzt. Get the point. Zack! Okay. Dann! Leck mich, du komischer Schatz! Ich komm wieder. Be sure of that. Ich hab nur 90%? Really? Hm. Wo geh ich denn jetzt als nächstes hin? Dann gehen wir mal zur Lichtung. Okay, hier hin. Okay. Ist so leer hier. What's wrong? Und diese bedrohliche Musik ist auch Sorgen... ...sorgniserregend. To say at least. Dann ist Ruhe. Hallo! Hi, Bambi! Hallo, Bambi 2! Hallo, Bambi 3! Hallo, Bambi 3! So, jetzt kann ich ja klettern. Na, bam! Danke! Wie das Zeug immer hier so, dass ich da festgletschen muss. So, jetzt aber heute nicht! Ah, ich sehe es schon! Und dann noch so ein Prüfungsraum und natürlich wieder ein Schatz. Und der wohl sein soll? I have no idea! Really? Ich habe wirklich keine Ahnung. Zuck! Zuck und zuck! Ah Zack, zack, zack Ah, da muss ich Okay Job done Okay Was kriege ich jetzt dafür? Okay Spektralweste Und das war der gesamte Schatz Macht er denn irgendetwas? Ach, ich trage den sogar Hm Naja Naja, Game Naja Süß, was hast du denn versucht? So Karte Und das war's dann auch hier mit diesem Gebiet Wow That's pretty fast I guess Gut, dann Kann ich jetzt auch wieder zurück Was hast du denn versucht? Und da seid ihr hier wieder Bobby 1, 2 und 3 Habt ein schönes Leben Werdet nicht von dem Jäger erschossen Da That's all I can say About this So, und an dieser Stelle Beende ich dann auch jetzt wieder den Part Egal ob positiv oder negativ Bewertung immer gern gesehen Daraus von meiner Seite Also wir sehen uns das nächste Mal wieder Sehr geil Zum Glück